Was geht ab ihr Monster und herzlichst willkommen zurück zu einer neuen Folge Roblox. Wir spielen endlich mal wieder Arsenal, das Sci-Fi Update, noch nicht aufgenommen bisher. Und ich bin mega gespannt, ich hab richtig Bock. Ich hab mir sogar hier so einen Skin schon gekauft und ich würde sagen, wir legen direkt los und schauen mal, was wir jetzt hier noch rocken, weil die Leute sind nämlich hier schon gut dabei. Die neue Map habe ich schon gespielt mit den Teleportern. Ich persönlich... Oh, oh, Leute. Okay, danke schön, wie auch immer das war. Ich mag sie null. Hä? Was ist los? Heute geht ja gar nicht rein. Habt ihr das gesehen? Ich war locker drauf und nichts passiert. Aber egal, muss auch mal sein. Ah, jetzt ging es. Ah, jetzt ist es wieder da. Okay, ist es wieder da. Moment, den holen wir uns auch noch. Den holen wir uns auch noch. Nein, von hinten. Wo ist er? Ey, sind wir doch grad noch hier. Huh! Knappes Ding. Und ich will jetzt hier natürlich auch wieder erster werden, ne? Wir sind halt echt... echt lange nicht mehr im Game gewesen. Aber das reicht natürlich trotzdem noch. Oh, da ist einer noch vor mir. Mist, gerade noch großes Müdwerk hat. Da war nur einer vor mir. Hol den bitte da oben weg. Bitte, bitte, bitte. Ich habe ihn getroffen. Will die Waffe hier loswerden. Please! Please! Einer holt ihn weg. Wo mache ich das selbst? Alles muss man hier selber machen. Oh Gott! Ich schieße heute aber auch richtig daneben. Das ist ja richtig schlimm. Egal, wir gewinnen das noch. Ihr Monster. Macht euch keine Sorgen. Wir gewinnen das noch. Auch wenn ich noch warm werden muss. Bin quasi gerade... Heute ist mein erster Tag Urlaub. So. Mein erster Tag Urlaub. Und das erste, was ich mache, ist Roblox Arsenal spielen. War vielleicht nicht die beste Idee. Auch ich muss mich ab und zu mal warm spielen. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Meine Freunde. Wartet ab. Und... Bäm! Da haben wir ihn. Ah! Das war kein Treffer scheinbar. Warte, wir machen das nochmal. Oh! Ach, schade! Oh, der hat einen Vendaner. Ich will auch so einen Vendaner. Müssen wir mal gucken. Was machen wir denn jetzt hier? Erstmal näher ran mit dem Laserschwert. Durch die Gassen. Wo ist er? Komm her! Komm her! Ich bin halt schon nur noch vierter. Oh, die Map ist aber auch grausam. Sie ist so schlecht. Tasse sie! Bam! Oh ne, der ist weg. Was? ach nö ach nö da los, neul, kurz nachher hier kommen sie mir jetzt entgegen mehr, mehr gib mir noch mehr nicht so viel egal, wir haben uns gleich wieder auf den ersten gekämpft ach nö, den hatte ich eigentlich schon früher gesehen aber ich seh schon, ich muss oben bleiben oben geht die Action, nicht unten 41er Hit, komm ich hab noch 18 gegeben, Mate macht den hier weg er verkackst natürlich warte mal kurz nachladen vielleicht kommen wir ran er kommt zu Papa so viele Shots Shotgun sind halt richtig anstrengend komm schon, wieder hoch da wieder hoch da, da oben ist die Action ich lag aber auch richtig hart oh ja, perfekt und nix nein, immer wenn ich mich oben respawnte einer also ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben was ihr von der Map behaltet also ich meine die Grundidee mit den Teleporter finde ich ja gut aber die Map selber ist halt echt nicht cool also die ist halt wirklich nicht cool viel zu offen, viel zu viele Teleporter aber gut Teleporter an sich sollen sie auf jeden Fall weiter benutzen finde ich eine gute Idee aber jetzt ist noch mal gucken ich hab hier echt grad Struggle Erster zu werden weil er hat halt gar nichts mitgekriegt richtig lost er kommt mit dem Messer oh ich muss mich grad richtig konzentrieren oh ich will hinter den hoch kommen wir müssen uns beeilen ich hab das Messer es ist so knapp es haben so viele Leute ein Messer ah die zweite Runde auf Gletscher gar keine Lust also heute ist der Tag der schlechten Karten würde ich sagen aber mal gucken was wir hier machen gerade haben wir ja schon gewonnen geht doch, hier kommt noch einer bam 94er Hit easy der andere war schon weg da kommt noch einer nein komplett aus dem Leben geschossen hier aber egal wir legen los wir gehen ab 27er Hit nur nochmal ein 24er dankeschön aber jetzt haben wir eine Pumpkanne das heißt wir müssen wieder ran hier war einer in der Mitte gerade da kommt er Moment der gehört mir nein der Adra fiel mein Endgegner auf jeden Fall letzte Runde auch schon ich habe ja auch eine Schwitzer Lobby am Start oh haben wir auch geklärt das ist doch glaube ich eine neue Waffe hier bin mir nicht sicher oder ist noch jemand gespott vielleicht kommen wir da hin holy moly die geht aber ab so ansonsten da oh my ja 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 haben wir auch wir brauchen neue Gegner oh ja boop Entschuldigung Spornkill richtig ehrenlos und guck mal den können wir wegboosten Leute boosten nicht mehr ey ich leck halt richtig ne ich leck halt richtig wow gerade auch schon oh ein HP hat er gehabt gerade schade den hätten wir auch noch haben können ich glaube die Waffe ist auch neu holy moly holy moly was ist das für eine Waffe gewesen die war anders böse oh er ist halt einfach AFK der kommt locker von oben oh ich habe es gewusst ich habe es gewusst ach ne aber er hat es noch erwischt er hat es noch erwischt hier ist ein Schmick kann man mit dem was machen ne so oh 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 ich habe schon wieder eine Pumpgun warum habe ich schon wieder eine Pumpgun immer diese richtig lästigen Waffen da haben wir ein haben wir easy die Famas ist jetzt nicht viel besser komm zeig deine Zipfelmütze zeig sie zeig sie danke haben wir easy so easy so easy war das gar nicht oh der hatte diese super high power alter die schießen halt so schnell die neuen Waffen die sind halt richtig OP oh ich sehe nichts also da oben war noch Action das heißt wir gehen da wieder hin auf jeden Fall ah komm schon Action wo seid ihr ich will mitmachen nein ich bin Schneeball uh neue Kill-Effekt ich habe so viel nicht mitgekriegt ne oh den haben wir auch Lul easy der andere ist abgehauen nein der ist hinter mir runtergesprungen ich habe es genau gesehen ach ärgerlich Shotgun schon wieder meine Güte wieso so viele davon okay Achtung BAM oh LOL LOL er ist halt drüber gesprungen und dann habe ich mich selber kaputt gemacht 55er Hit kann ich ihn noch sehen noch mal ein 72 aha geht doch der kleine Camper da hat sich doch rüber geschossen mit einer Sprengwaffe die ihr tötet einen damit kann man nicht hüpfen oh oh hier ist keiner wo sind sie denn oh wenn ich die jetzt in die Insel hau wo die spawnen so dann haben wir wieder diese hohohohoho das war äh knapp haha so und da haben wir das Messer das heißt wir müssen jetzt mal gucken wo sie spawnen um dann runter zu hüpfen und die zu holen hier kommen sie am liebsten hätte ich das großmoll nein habt ihr den Sprung gesehen ach ne das hätte sein müssen das wäre so cool gewesen ah man kann nicht immer Glück haben aber war nice nice ah 2 fast runter gefallen huh ach ich werde alt den holen wir uns jetzt 1 2 3 ah zweite Runde und wir befinden uns auf meiner eigentlich Lieblings Map Beach die dritte Runde mal gucken ob wir wieder äh gewinnen können oh Pizzen sind natürlich nicht cool ah ich hab gehofft dass da jemand kommt hinter mir oh ich war mir ziemlich sicher dass der Spawnpunkt da hinten war aber ich glaub die haben auch mit den Spawns ein bisschen was verändert ähnlich wie ein Paintball ich bin froh und glücklich zu sehen dass ähm viel der neuen Roblox Funktionen hier auch genutzt werden oh 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 Pum nein der hat mich erwischt Mohammed hier an der Stelle komplett aus dem Leben geholt hat er mich mal gucken ich hab ne Pumpgun das heißt hier müssten ja irgendwo auch noch so Traumtänzer unterwegs sein ah hier ist aber keiner wo sind da schon wieder er ach nö aber ich hab halt ne richtig kack also diese Pumpguns regen mich halt auf ne gefühlt hat man die momentan echt viel mal gucken kann natürlich ein Spawn hinter mir gewesen sein oh nein nachladen in diesem Spiel fatal haben wir oh also jetzt gerade will aber gar nicht mehr oh hit hit aber warum leck ich denn so au 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 hau hab ich dich oh lol äh das war irgendeine Sniper die mich noch erwischt hat hmm hier egal den haben wir noch erwischt perfekt da geht einfach einer mit dem Messer durch er hat halt richtig Lust mit seinem Laserschwert er ist der richtige Jedi bam hit da kenne ich gar nichts gar nichts kenne ich da wir holen uns jetzt wieder hoch da ist einer der muss nur gucken ah schade der ist weggegangen der unter uns ist gespawnt da kann ich nicht durch haben wir haben wir nein den hat es erwischt oh jetzt sind sie da vorne die werden hier spawnen lol da war ich drauf aber der Schirm mein Weg nein was 73 aber den hat es noch nicht perfekt das heißt wir sind wieder dritte aber wir müssen hier richtig aufholen oh ich hänge fest wir haben den Laser jetzt der ist ganz nice ist auch eine neue Waffe für mich noch neu geht ganz steil eigentlich die hat aber keine Nachladeanimation das heißt hier sieht man einfach R und die ist irgendwann wieder voll haben wir Hiper ist okay da oben ist nur einer gewesen in den Pfahl reingeschossen man kennt es haben wir oha da ist einer schon richtig weit ich glaube jetzt verlieren wir tatsächlich aber ich sehe auch niemanden gerade wo zum Teufel sind denn alle nein aber gegönnt sei es dir oh er hat schon 33 nur 21 an der Stelle hat er super gewonnen der kleine Curly Kopf hier naja da kann ich immer gewinnen ich hoffe ihr hattet Spaß mit der Folge falls ihr es noch nicht getan habt dann hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo und smash den Like Button ich würde mich freuen wir sehen uns morgen wieder euer Zockmonster und dann hinterlasst mir auf und dann schnack Done ich kenne mich ich habe ich bin es ist ich bin es ist es ist es ist es ist ich bin